Seit 25 Jahren gehen die Mercedes-Benz-Niederlassung Magdeburg und der SC Magdeburg e.V. gemeinsame Wege. Um diese erfolgreiche Gold-Partnerschaft weiter zu festigen, verlängerte die Mercedes-Benz-Niederlassung ihr Sponsorenengagement um ein weiteres Jahr. Dabei darf man aber nicht nur an die Handballer denken, auch Diskuswerfer Martin Wierig, der sich gerade auf die Olympischen Spiele in Rio vorbereitet, wird von Mercedes weiterhin unterstützt. Das verkündete am 21. April Niederlassungsdirektorin Astrid Stolze in der Geschäftsstelle am Großen Silberberg, flankiert von SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmed, den Handballern Michael Damgaard und Robert Weber, Diskuswerfer Martin Wierig und natürlich SCM-Präsident Dirk Roswandowicz. Auch er ist stolz und dankbar für die hervorragende langjährige Partnerschaft. Klar, wenn man solche Partner hat, die so verlässlich sind, nicht nur die Höhen mitnehmen, auch mal durch den Tal schreiten. Das ist Planungssicherheit für uns und da sind wir sehr stolz und natürlich auch sehr dankbar. Und Mercedes ist eine Marke, die sich sehr gut mit dem SCM vereinbaren lässt. Wir stehen für Erfolg, Zuverlässigkeit, Qualität. Wir können nur sagen als Verein, Dankeschön Mercedes. Astrid Stolze freut sich ebenfalls über die verlängerte Goldpartnerschaft und fiebert weiteren Erfolgen mit dem SC Magdeburg entgegen. Ich denke, da profitieren beide gute Rufe voneinander. Wir mit unserem Slogan, das Beste oder Nichts, das trifft genauso für den Sport zu. Und wir haben Erfolge schon gesehen und auch wenn es mal nicht so gut läuft, bleiben wir zusammen, bleiben wir Partner. Das zeichnet eine gute Partnerschaft aus. Aber wir freuen uns auf die Erfolge, die anstehen in diesem Jahr. Nun ist der Inhalt der heutigen Veranstaltung nicht nur die Handballer. Es geht auch um Martin Wierig. Also Sie splitten Ihr Engagement. Ja, was heißt splitten? Wir unterstützen den SCM e.V., der ja die Profi-Handball-Abteilung als Abteilung hat. In dem Moment haben wir beide zusammen, beide Verträge für den SCM e.V. Breitensport und für den Profi-Handball. Und neben den Handballern natürlich auch die Unterstützung und den Breitensport für das Einzelsportler-Sponsoring von Martin Wierig. Wir drücken die Daumen, dass er die Qualifikation in diesem Jahr für Rio schafft, für die Olympiade. Das wäre wirklich ein schönes Zeichen, weil das dann auch wirklich den Ruf der Stadt und des gesamten Bundeslandes in die Welt hinausträgt. Und davon profitieren wir natürlich auch. Und das ist ein schönes Signal. Wir drücken die Daumen. Wir freuen uns auf den Sommer. Wir drücken die Daumen.